Zuschauer waren schockiert über den tödlichen Fehler eines Piloten. Es ist nicht, was sie denken. Schauen wir, was wirklich passiert ist. Oh, nein, 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 nein. Oder anders formuliert, welcher gravierende Fehler führte vermutlich dazu, dass das Flugzeug ins Trudeln geriet? Dieses Ereignis trug sich am 6. Oktober 2020 am Treetop-Flughafen in der Nähe von Spirit Lake, Idaho zu. Es ist ein Privatflughafen nördlich von Quarter Lane, der mit einer Graspiste ausgestattet ist, die in Ost-West-Richtung verläuft und eine Länge von 914 Metern aufweist. Der verantwortliche Pilot hieß Michael Mills. Bei meinen Nachforschungen für dieses Video stellte sich heraus, dass er in der Gemeinschaft der Buschpiloten in Alaska recht bekannt war. Buschpiloten sind diejenigen, die Flüge in abgelegene Wildnisgebiete durchführen, oft auf unbefestigten Landebahnen und kurzen Graspisten, Aufgaben, die von anderen Piloten meist gemieden werden. Im Grunde zu Orten, zu denen kommerzielle Flugzeuge niemals gelangen könnten. Und laut Untersuchung besitzt er eine kommerzielle Pilotenlizenz mit mehreren Berechtigungen und hat etwa 10.000 Flugstunden. Mit ihm im hinteren Sitz ist Brandon Duddy. Auch er ist Pilot, besitzt ein Luftfahrzeugnis für Verkehrspiloten und hat rund 7.200 Flugstunden, aber er ist kein Fluglehrer. Und das ist bemerkenswert, denn Mike hatte dieses Flugzeug erst kürzlich erworben und wollte, dass Brandon mitfliegt, um ein Auge darauf zu haben. Und tatsächlich hatten sie bereits eine Wasserlandung und einen Start absolviert, bevor sie zum privaten Flugplatz Treetop flogen. Dies war ein Flugfeld, von dem Brandon oft gestartet und gelandet war. Nach dem Unfall erklärte Brandon in einem Interview, sie hätten vor dem Start einen Rollkontrolltest gemacht und alles sei in Ordnung gewesen. Als der Startlauf begann, offenbarte die NTSB, dass das Startvideo zeigte, wie das Flugzeug nach etwa 335 Metern abhob. Im Diagramm ist jedoch ersichtlich, dass Mike die Rotation bei etwa 55 Kilometer und nach 150 Metern Startbahn einleitete. Das Flugzeug benötigte rund 180 weitere Meter, um auf 77 Kilometer h zu beschleunigen und abzuheben. Im Video sieht man, wie die Vorderräder sich heben, gefolgt von einigen Sekunden, bis das Flugzeug wirklich fliegt. Und dann beobachten sie, was als nächstes passiert. Sie bleiben etwa 3 bis 4 Sekunden im Bodeneffekt. Und Brandon sagte der NTSB, dass er tatsächlich dachte, Mike würde das Flugzeug landen, weil sie im Bodeneffekt blieben. Aber stattdessen zog Mike einfach am Steuerknüppel. Zu diesem Zeitpunkt haben sie nur noch etwa 20 Sekunden, bevor sie auf den Boden aufprallen. Und ich denke, Mike erkennt, dass er nicht die Steigleistung bekommt, die er erwartet hatte. Im Video sieht man, wie er die Nase kurz senkt, sie sich abflacht und vielleicht sogar an Höhe verliert. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Bodengeschwindigkeit auf etwa 60 Meilen pro Stunde gestiegen. Mike versucht wieder zu steigen und in diesem Moment erreicht das Flugzeug etwa 23 Meter Höhe über der Landebahn, bevor es an Geschwindigkeit verliert und zu sinken beginnt, da es ins Trudeln gerät. Brandon gab an, das Flugzeug habe sich beim Start schwer angefühlt. Er dachte vielleicht, die Schwimmer seien voll Wasser. Untersuchungen zeigten jedoch, dass dies wahrscheinlich nicht zutraf. Und außerdem waren nur etwa 42 Liter Benzin an Bord, also ein wenig mehr als die Hälfte eines Tanks. Das Gewicht der beiden Piloten bedeutete, dass das Flugzeug weit unter dem maximalen Gewicht des Flugzeugs lag und innerhalb des Gewichts- und Balancebereichs für normalen Flug. Die NTSB führte auch eine Klang-Spektrum-Analyse des Motors anhand des Audios aus dem Video durch und stellte fest, dass mit dem Motor alles in Ordnung war. Er lief für knapp unter 500 U-Min, was etwa 74% der Nenntrehzahl des Motors entspricht. Und das blieb so bis zum Aufprall. Aber die Frage ist, ob sie die angemessenen Start- und Steiggeschwindigkeiten erreicht haben, Die NTSB erkannte, dass es sich um ein RANS S7 Courier-Flugzeug handelt, normalerweise mit Spornrad-Konfiguration. Dieses wurde mit Schwimmern für Amphibien-Einsätze modifiziert, galt daher als experimentell, ohne spezielles Pilotenhandbuch. Piloten mussten sich auf das Spornrad-Handbuch beziehen, welches vorschreibt, Starts ohne Klappen und mit einer Steiggeschwindigkeit von 65 bis 70 Meilen pro Stunde durchzuführen. Klappen können halb ausgefahren sein, sollten aber bis zum Überfliegen von Hindernissen unverändert bleiben. Die Geschwindigkeit soll 60 Meilen pro Stunde übersteigen, mit einer Mindesthöhe von 100 Fuß. Beachten Sie, dass Mike beim Abheben nur etwa 80 Kilometer erreicht und nie schneller als 96 Kilometer fliegt. Die maximale Flughöhe betrug nur etwa 23 Meter. Bedenken Sie auch, dass die Bäume am Ende der Startbahn 18 Meter hoch sind. Der NTSB-Bericht erwähnt nicht, welche Klappenposition beim Start- oder Absturz vorlag. In den Interviews deutet jedoch eine Aussage von RANS an, dass die Klappen auf der ersten von drei Rasten eingestellt waren, was die übliche Start-Einstellung für die meisten Piloten ist. Die nächste Frage ist, was die Stallgeschwindigkeit ist. Laut Handbuch liegt sie bei halb eingefahrenen Klappen bei 48. Im Video sehen Sie, wie Mike das Flugzeug hochzieht, vermutlich um über Bäume zu gelangen und dabei nur etwa 399 Kalomea fliegt. Das ist die GPS-Bodengeschwindigkeit, auf die ich noch eingehen werde. Zuerst bemerken Sie im Video, dass das Flugzeug zu rollen beginnt, wenn der Flügel nach links kippt. Das ist der Moment, in dem der Flügel überzogen ist und das Flugzeug in diese Richtung rollt. Und im Grunde bleiben sie bis zum Aufprall im Strömungsabriss. Jetzt sprechen wir über einige Details, in die das NTSB nicht wirklich tief eingestiegen ist, die meiner Meinung nach den fatalen Fehler dieses Fluges aufdecken. Zum Zeitpunkt des Starts ist der Himmel klar, aber die Temperatur beträgt 27 Grad Celsius. Das bedeutet also, dass die Flughafenhöhe zwar 2500 Fuß beträgt, die Dichtehöhe jedoch fast 400, 500 Fuß erreicht. Und immer wenn Sie hohe Temperaturen in großer Höhe haben, ist die Dichtehöhe des Flughafens immer ein Anliegen. Denn eine höhere Dichtehöhe bedeutet, dass Sie eine längere Startstrecke und eine geringere Steigrate haben werden. Im Grunde wird Ihr Flugzeug nicht so leistungsfähig sein, wie es auf Meereshöhe wäre. Es ist definitiv ein wichtiger Faktor für die Flugzeugleistung. Zuvor erwähnte ich die Bodengeschwindigkeit, die vom GPS erfasst und als Bodenspurgeschwindigkeit des Flugzeugs angezeigt wird. Im Diagramm entspricht eine Bodengeschwindigkeit von 51 Knoten rund 94 Thio Kilometer h. Doch der Wind ist zu beachten, zum Startzeitpunkt. Am nächsten Flughafen, Cœur d'Alain, wurden Winde mit 240 Grad bei 7 Knoten verzeichnet. Mike startete von Piste 7. Das ist also fast ein direkter Rückenwind. Es war jedoch nicht möglich, die genauen Windverhältnisse auf der Baumwipfel-Landebahn zu bestimmen, als Mike startete. Aber im Video sieht man einige Flaggen, die von der Kamera wegwehen, also scheint es ein wenig Schiebewind zu geben oder zumindest eine Art Rückenwindkomponente beim Start. Dennoch sollte man bedenken, dass ein Rückenwind weder die angezeigte Fluggeschwindigkeit noch den erzeugten Auftrieb verändert. Das Flugzeug wird immer noch die gleiche Steigrate bei einer gegebenen angezeigten Fluggeschwindigkeit haben. Ein Rückenwind bedeutet nur, dass man mehr Boden überdeckt, während man steigt. Und daher wird es eine längere Distanz benötigen, um eine bestimmte Höhe zu erreichen. Und man sollte auch bedenken, dass sich bei einer Landebahn mitten im Wald die Temperatur und die Winde deutlich ändern können, sobald man die Baumgrenze übersteigt. Also könnte Mike, als er zu steigen begann, viel schneller auf die Bäume vor ihm zugeflogen sein, als erwartet, je nachdem, wie stark der Rückenwind war. Aber es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt in dieser Untersuchung, über den wir noch nicht gesprochen haben. Und der wird nur kurz in der Anlage des NSB erwähnt, wo sie Warren Longden interviewen. Jetzt, Warren ist ein certifizierter Fluglehrer und der Besitzer des Flughafen Geländes. Und er ist auch derjenige, der Brendan aus dem Flugzug gerettet hat. Er sagte dem Ermittler, dass er auf Landebahn 7 nicht bergauf gestartet wäre. Was er als nächstes äußert, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich einer der wichtigsten Teile der Untersuchung. Betrachten Sie dieses Bild, auf dem Sie weiße Markierungen erkennen können, die die Landebahn anzeigen. Geno, hier begannen Sie den Startlauf. Man sieht den ganzen Raum hinter Ihnen, wenn Sie zu Rollen beginnen. Warren erwähnte, dass Mieke auf Landebahn 5C in die Gegenrichtung gestartet, zusätzliche 760 Meter gehabt hätte, eher Beome ein Problem dargestellt hätten. Hätten die Piloten kurz innegehalten, um die Startgefahren zu überdenken, hätten Sie vermutlich entschieden, dass ein Start von Landebahn 25 an einem heißen Tag mit hoher Dichtehöhe und Rückenwind besonders mit einem für Mike noch neuen Flugzeug sicherer wäre. Denn bei einem Motorausfall hätten Sie mehr Raum zur Erholung. Hat Ihnen dieses Video gefallen, empfehle ich Ihnen, sich das nächste hier anzusehen. Bis zum nächsten Mal.